Transparenz und Kompetenz – Unternehmensberatung nach Maß Als Inhaber einer kleineren oder mittleren Unternehmung sind Sie ein Zehnkämpfer. Täglich müssen Sie unternehmerische Entscheidungen in den unterschiedlichsten betriebswirtschaftlichen Disziplinen fällen. Wir helfen Ihnen dabei. Seit über 35 Jahren stehen kompetente Mitarbeiter der TRUMA Treuhand und Unternehmensberatung AG mit Rat und Tat zur Lösung unterschiedlichster Aufgaben zur Verfügung. Bereits bei der Gründung einer Firma ist es außerordentlich wichtig, dass die Rechtsform dem Tätigkeitsfeld, dem Risiko und der zu erwartenden Steuersituation angepasst wird. Daneben übernimmt die TRUMA die teilweise oder komplette Führung Ihrer Buchhaltung. Das verschafft Transparenz, bildet eine solide Entscheidungsbasis und gibt Ihnen mehr Zeit für die Betreuung Ihrer Kunden. Mitarbeiter bilden in einem Unternehmen einen wesentlichen Erfolgsfaktor. Eine transparente Erledigung der Lohn- und Personalangelegenheiten ist deshalb zentral. TRUMA Treuhand verfügt über die Zulassung der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde und ist als Revisionsgesellschaft zur Durchführung von Buchprüfungen berechtigt. Über 30 Jahre internationale Managerfahrung macht die TRUMA auch zum verlässlichen Partner bei Firmenanalysen und Reorganisationsprojekten. Unsere Strategie bleibt dabei immer realitätsbezogen. Im unternehmerischen Zehnkampf sind wir für Sie da. Der Partner Ihres Vertrauens. Die TRUMA Treuhand und Unternehmensberatung AG.